ARD Text im Auftrag von Funk Extrem Hardcore, ja Ja, ich bin extrem Hardcore Der Modus ist so Hardcore für den Fall, dass sie jetzt die Mafuyu-Aufnahme vorher aufhattet und verwirrt war nach den ersten zwei Minuten, was sie da labern und dann wieder zurückgekommen hat zu Muna 7 oder zu Darker natürlich Bitte erzähl einfach, was du denen erzählt hast, weil ich kann das nicht wiedergeben Muna hat angefangen, den Hardcore-Modus zu erklären und dann habe ich einfach den ein bisschen erweitert mit dem Helm dass er auch die Head-Vision an ist das heißt, du guckst halt wirklich an deinem Helm vorbei und halt, ja, je schlimmer der Helm, desto weniger siehst du und ja, Sledge ist zum Beispiel ein ganz schlechtes Beispiel da siehst du nicht so viel, ja? und dann habe ich halt Puls abgeraten, weil der hat doch diese Augenbinde und da siehst du nur leicht was durch Achso, ich habe gedacht, da siehst du halt die ganze Zeit nur Puls, aber der für die Karte nicht mehr siehst du nur die Punkte Ja, genau Das kriegt er, wenn er so eine 3-Drehbrille irgendwann bekommt Irgendwann hat er sowas jetzt richtig rund Übrigens, wann fangen wir nicht an? Das ist Rangel Diesmal ist es nicht Mario Ich bin's diesmal nicht, der so lange drauf Ah, die haben das halt wirklich geglaubt Ja, das ist ja für mich Ja, gut, dass wir übrigens am Tag spielen hat er übrigens alle auch gesagt gut, dass wir die Map am Tag spielen, in der Nacht kann man nichts sehen Ja, ich wollte noch sagen, dass wenn man bei Nacht spielen, du die Lampen kaputt schießen kannst, dann musst du auch noch drauf achten Oh Gott, das ist ja ziemlich großartig Oh, die sind beim Regal, die sind beim Regal, das ist großartig Da können wir gleich was richtig cooles zeigen Oh Gott, wenn du das sagst Das ist super Super, Alter Das Problem ist, ich weiß nicht, wo das Fenster ist Mario, welche Bombe war das? A oder B? Äh, das müsste, äh B glaub ich, ne? Ja, B, B ist es Ich knüppel Das Fenster Oh Gott, was machst du da, Knüppel? Hör auf, die Bilder nach oben rein zu packen Was, Alter Ja, Alter Dann Was eine Position Schön, ne? Holy shit Nein Vorsicht, Kamera Achso, Knüppelskamera übrigens, sonst ist wieder sauer Aha Da liegt man die Bombe Äh, äh, da liegt der Achso, ja klar Liegt Mario will direkt MVP abschauen Willst du nicht mir das Ding geben, Kevin? Dann kann ich das doch immer gleich Nehm ich gleich auf, wie ich da hoffresse Was ist hier eigentlich los? Vom schreit der Typ da so rum im Megafone, ey Ich weiß es nicht, es ist mega anstrengend Ja, Mann, es ist wirklich anstrengend Das war doch beim letzten Mal nicht, oder? Oder liegt es daran, dass es... Am Spawn Liegt am Spawn So Oh, eskaliert der Typ da schon wieder so Achso, hier ist es glaube ich, das Fenster hier, Kevin Der wird guck mal kurz hier vorne hin Yo Hallo, guck mal da rein Ähm, am ersten Blick sehe ich jetzt nichts mehr anfallen sind aber immer noch möglich Okay, ja, ich will mal ganz kurz da rein düsen, dass mir irgendjemand irgendwas Arabisches ins Ohr reinschreit Ja, das ist übrigens der Entrance, genau, perfekt So, vor allem was, wir müssen hier hinter diese Wand Hast du die Bernfalle gecheckt, ob eine da ist? Äh, hier unten steht, ist keine, Dave kann schon mal reingehen Alles klar Klaus links frei Ich hoffe, die hocken die alle auf der Bange Ja, der Raum ist soweit frei Äh, hast du Termite? Ah ja, hast du Ja, hab ich Dann mach mal ganz rechts das Ding am besten dran, da wo David dran steht Ja, ich stecke hier so ein bisschen die Ecke, ne? Mhm Tschüss Mario So, wenn du übrigens da durchgehst, in jeden, in jeden Staffel gerade liegt jeweils, äh Oh Die Tür ist zu Jeden Staffel da liegt eine Beherumfälle So, das wollte ich sagen Okay, ich mach jetzt auf Mhm Bewegung Pieke, Daniel? Oder Ja, mach ruhig Wir wollen halt die Bombe platzen Versuch, mich aufzuhören David, rechts close war gerade jemand Okay Das heißt, hinter diesem Regal da Ja, ich weiß nicht, ob du das Regal Ja, da ist nur einer Kann einer Äh, hast du die Drohne noch? Ja, ne, die hab ich nicht mehr, glaub ich Ich muss ganz kurz hier Also auf jeden Fall da an dem Regal ist jemand Okay, am Regal So dahinter Okay Hört zumindest das Movement, genau Ich markier euch ein Oh shit Äh, kann ich nicht Geradeaus durch bei dir, ähm, Dave Durch den Türrahmen noch Mhm In dem Tresen Ja, da liegt einer Ja Der ist unter dem Tisch Liegt Okay An der Bombe Pop drüber Das war der Reload Okay, warte, warte David, stell ich mal in die Tür Curry ist down Stell ich mal in die Tür, David Komme Da ist der Kannst du, kannst du dich in die Genau, warte mal, lass mal dein Letzten leben Ich möchte die Bombe bleiben Okay Okay Ich wär Flash ist rein, Achtung Ah, ja Los, Flash ist, Flash ist Jetzt, Flash kommt Fläche, linke Seite, irgendwo da Ah nein Stop 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 Mach es schnell, Mann Oh mein Gott Ich stehe vor mir Und weglaufen, weglaufen Alle weglen Alle weglen Alle weglen Weglaufen Oh mein Gott Oh shit Hier ist ein öffnes Fenster Okay, mal gucken, was passiert jetzt Ich hab Angst Ich bleib einfach vor dem Fenster stehen Mal gucken, was passiert Ja, macht das Hat einer noch ne Drohne zum Gucken Ja, ja, warte Ich hab noch eine Ich fahr rein Das ist so sneaky da oben übrigens Ich seh den, aber ich will den nicht bieten Sie schießt halt die ganze Zeit auf mich Oh, da ist er ja Oh Gott, nein Oh Gott, nein Wir sollen mal früher dich umgebracht Ich will mal da rein rennen Sie kommen vor Lass auf da, Lunder Wer findet die Bombe nicht? Reicht jetzt hier Knüppel Oh, Mann Knüppel, ich wollte ihn töten Die ist da oben reingepackt übrigens Fällt mir grad aus Das war nicht geplant übrigens Oh, Knüppel, du Arsch Hardcover Ey, okay, warte mal Guck mal, die war in den Karton drin reingebackt Das war ein bisschen gemein Aber das war nicht geplant, möchte ich dann werden Letztes Mal sind wir da drauf die ganze Zeit rumgelaufen Und haben dann alle Boxen kaputt gemacht Ich dachte, ich könnte auf der Box draufpläten Und dann ist es durchgefallen Und in der Box drin gewesen Aber man konnte es trotzdem noch sehen Durchfall Durchfall Reiner Durchfall So, machen wir jetzt, keine Ahnung Pistolenrunde? Ach, warte, lass mich auf Revolve wechseln Hätte ich auch Ja, ich hab ne Deal Ja komm, lass das mal alle hier Alles klar Oh, mit Puls ist schwer Oh ja Ich hab nur leider die Augenbinde nicht drauf Hahahaha Stimmt ja So, ich hoffe, ihr habt auch alle Revolver jetzt, ja? Ich hab äh... Oh, ich hab meinen SMG Oh, wie schade Meine Headshot-Manschiene Oh, na toll Lass mal hier irgendwie so'n aggressiven Außenpeak machen oder so'n Scheiß Stecken wir mal ein paar Kameras Ach komm, man soll's Oh, warte mal, war das hier? Oh! Oh, guck mal War das hier? Oh ja Ich find die nicht mehr Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Kevin, kannst du mit deinen Pulsing zu mir kommen? Jo Wo brauchst du dich? Äh, hier Da, wo das gigantische Loch noch draußen ist Ähm Wie soll ich mich dann hinstellen? Kannst du dich ab... Ja, wenn die hochkommen, decke ich dich Ich hab ja auch Augen Ich hab ne Pistole in der Hand Ich schieße alle in den Rücken Ach, für wen arbeitest du hier? Pscht Wir haben viel Geld geboten Du darfst nicht drüber reden Das checkt ein Rechts hier von uns Mhm Ich glaub Da, wo wir dann gekommen sind Ist was Und hier bei BM Oh, ich war da Entschuldigung, dadurch Alter, hab ich mich erschrocken Für wen arbeitest du eigentlich? Das sieht alles clear aus hier dann Haben die die Bomber gefunden, ja? Ja, eine haben sie gefunden, ja Die werden wahrscheinlich ein Sniggy durch eine ganz weit entfernte Bei mir ist auf jeden Fall was Ich lass die an mir vorbeilaufen Versuch die zu messern Okay Ich weiß nicht ob das klappt Boah Ich weiß nicht warum Ich hab das Gefühl da Du sitzt da grad und Löffeln auch so schöne Tüppchen dabei Ja Guck auch hasen vor Boah, Mayo stürmt hier Und macht alles kaputt Kann man auf Mayo schließen? Da war jemand auf dem Wow Bei mir vor der Tür ist hier einer Ah Er darf da eh nicht reinkommen Ist nur ein Ausgang Steht drüber Ah, hier ist einer draußen am Fenster Kevin Au, au, au Ich bin au, aua, aua Oh, ich hab mich getötet Mafuyu die kam bei B Ich hab zwei Ich bin down Der war On-Spot Der hat Platz gehabt Das war fies Du bist ja da Kevin Wann hab ich denn nachgeladen? Na natürlich Komm den letzten musst du auch messern Mach mal put 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 Ja hier ist er Rechts Rechts Doktor Disrespect Alter Wollen wir die Runde verlieren Jungs? Kevin hat übrigens erst gesehen Er hat getestet Wie der Klopf ist zu messern Ey, wenn du kein Schild bist Ey, warte Jungs, Jungs, wir müssen die Runde verlieren Bitte Komm Das ist echt sonst Komm, wir nehmen ja irgendwas Was wir sonst nie nehmen Hm? Komm, heute ist Gegenteiltag Ich spiel heute in Kuh Ja, das ist so quasi Ich blitz Ich blitz Ja, okay, ich nehm unter den Arsch Nein, nein Aber ich spiele ohne Waffen Ich mach nur das ausgefahrene Schild David, come on Nur das ausgefahrene Schild Das war eigentlich auch nicht schlecht Ja Oh Gott Hast du einen Zuschlag, oder? Achso, ich dachte übrigens gar nicht Nee, wer ist Blitzo? Ich dachte zu Dave Wir machen alle immer so was Niemand Nimmt's Blitzo Blitzo Du, ich hab ne super Idee Wir spielen zusammen Ich lauf vor und du läufst hinter mir Wir müssen mal zu 5 Schild Wenn wir immer im Kreis laufen Boah, Alter Ja, vor allem das lustigste Klatz hat auch eben 3 Schuss gebraucht Um mich zu töten Ja Das war... Okay, vor allem was Warte, warte, warte Wir dürfen nicht zu sehr in Disrespect ausbrechen Das ist wichtig, ja? Ah, das ist natürlich jetzt noch Kann man noch retten Das ist absolut wichtig, okay? Kann man noch retten Ja, aber Daniel ist nebenbei am Frühstücken, so Das ist schon... Ich esse mein Abendbrot in aller Ruhe, ja Entschuldigen Sie bitte Oh, die haben... Ah, nein Nein Nein, hör auf, geh weg Sind die oben? Ne, ne, ist schon markiert Ist da nicht dieser total fiese Bombenspot? Das ist der große Raum Mit dem Pieper 10 Sekunden 10 Sekunden Ah ja, tatsächlich 5 Sekunden Okay Das nächste ist vermutlich geil Was wir spielen müssen Nein! Hätte klappen können Meine Drohne Ha! Oh! Der hatte schon wieder Angst sich zu treffen, ja? Letztes Mal hast du mir fast eine Morddrohung eingedroht Als ich mir gar kaputt schießen wollte Und du mir durchgeflitzt bist Oh, hier, jetzt geht's los Oh, David, komm mal her, schnell! Warte, ich kann nicht so schnell laufen Ich habe das Hilt ausgefahren Komm her! David, wir sind Elektronik Was? Du, 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 du! Ey, da fährt irgendwas durch die Gegend Smile Ja, das bin ich mit meiner, äh, mit meiner Schockdrohne MP Ich kümmer mich drum, dass das Ding kaputt geht Ja Können wir aufmachen? Ich will aber einen Oh, David, hier sind auch Elektronik drin Oh, so viel Elektronik Stürmen Sie los! Los, los! flowing Da Hinter dem, äh, dresen Wo Information steht Da liegt er Okay, warte, warte Halt ihn da, halt ihn da Ich bin ges sakecht Halt ihn da Ich weiß nicht, doch, er ist noch da Oh, da links ist auch noch einer Oh, Elektronik. Wo liegt er denn? Ich kann rein. Oh, doch nicht. Was wird das denn? Oh Gott, Flashes? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich wollte hier oben reinwerfen. Oh ja, jetzt geht es nicht hier. Da ist einer. Da ist einer. Oh nein, sie haben mich von hinten erwischt. Oh nein. Denkt dran, ihr denkt da, der Plan ist verlierend. Ich habe gerade gut vorgemacht. Also, bitte. Hallo? Hallo? Oh oh. Ja, du darfst aber nur mit der Schrotflinte schießen, ne? Ich guck nur. Wollen wir eine Bombeplan? Können wir hier durch? Oh oh, der schießt auf mich, du Blocker. Komm, wir gehen hier durch. Okay. Wir machen das. Komm, wir gehen da durch, gehen da durch. Geht nicht, geht nicht. Sie kommt. Wir schaffen das. Steck dich auf den Klo. Ah, 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 hilf mir. Nein. Der holt nur dich und ich. Oh Gott, euch zusammen. Ich weiß nicht, ob das ist doch zu fallen. Ah! Damn it! Das ist ein Knüppel gewesen. Okay, jetzt. Wir müssen abhauen. Wir müssen abhauen. Wo ist die Chronics? Warum nicht? Jetzt, jetzt mal kommen wir durch, oder? Nein. Oh, du Low. So geht das. Zack. Laufen ist wichtig. Jungs, hier. Hier, Knüppel. Mach mal dieses Ding da kaputt. Welches Ding denn? Die Electronics. Da ist jemand da. Hab ich dich gesehen. Geh jetzt rein. David, David wollte ich schon sagen. Hey, ich sehe die Chronics. Da drin zwei Bomben. Wollen wir jetzt zugucken für die Electronics View. Oh! Oh! Der war... Der war gut, ey. Der war nicht schlecht. Ich hab nicht die Electronics in seiner Hand gesehen. Der war wirklich gut übrigens. Heilige Scheiße. Das war neither throw. Ja. Ja gut, das C4 hat ja keine Electronics. Das ist richtig. Wieso? Da ist da ein Handy dran, oder? Das ist keine Electronics. Das wird jetzt ein Knaller. Das wird jetzt ein Knaller. Darf ich den Knaller zünden? Ich hab keinen. Der macht das. Aber das Ding haben wir doch schon verteidigt, oder? Warum können wir das denn schon wieder auswählen? Das ist schon ein Gegenteiltag. Ich muss irgendwas anderes nehmen. Ganz oben. Nimm mal Frost. Frost weg. Das ist aber eigenartig. So jetzt zusammen. Schöne Schaum. Oh! Was ist los? Ich würde Carsten mal nehmen. Dann war die Auswahl weg. Der Sound ist doch gerade weg. Da haben wir gerade ein bisschen Angst. Oh, wirklich? Also mein E-Game Sound ist... Bei mir auch, ja. Ach Gott, heute haben wir auch. Puh! Vor allem im Match ist einfach mein Sound gestorben. Ich hab nichts mehr gehört. Also kein T-S und kein E-Game mehr. Das war kacke. Ja. Ach, geht aber alles. Achso, jetzt sind wir hier wo die gerade waren, ne? Mhm. Ja. Okay. Finde ich wundervoll, weil wir nicht von da oben kommen. So. Welche Tür werden sie denn wohl neben? Eine Drohne! So eine Drohne zu treffen im Revolver ist ganz schön schwer, muss ich sagen. Oh, da sind richtig schöne Fenster an Türen. Ah, die kann man bestimmt gut lernen. Überleg gerade, von welchem Fenster ich oben runterspringen kann. Weißt du, ich sag ja normalerweise immer sowas wie, warum spotten die Kacknapze uns für Punkte. Aber das geht's gemein, wenn ich das sage. Aber das ist normalerweise, was ich sagen würde, wenn Leute einen spotten so. So, man braucht keine Leute. Meinst du, das ist wirklich mittlerweile so, dass man da für Punkte kriegt? Also Rank-Punkte und so'n Scheiß? Ja, ich glaub schon, ja. Ich hab mich, ehrlich zu sein, nie mit beschäftigt, weil Rank mir immer egal war in dem Game. Ja, aber jetzt ist auch in dem Game egal, weil man für Hacken nur 14 Tage Bann bekommt. Deswegen ist alles egal in dem Game. 15, 15, das ist ein Unterschied. Oh, das ist ziemlich hart, 15. 15 wäre doch okay, aber... Schön, dass sie konsequent durchgreifen. Ja, bei 15, ne? Wenn's 14 ist, dann sagst du okay, aber bei 15 ist... Da zeigen die das jetzt auch ernst meint. Ja, das ist gut so. Ja, auf jeden Fall, dass man einen privaten Hack-Anbieter bezahlt und dann mit einem privaten Hack-Anbieter in der Exe irgendein Shit injiziert oder anders irgendwie. Ja, da kann man schon mal 14 Tage nicht mehr spielen. Oder 15, Entschuldigung. Ja, fünfte ist... Der Tag macht's, ohne Scheiß. Mhm. So, wohin muss ich gucken, Jungs? Hast du gerade geschossen, Klippel? Ich hatte gerade schon gehofft, da wär jemand. Jetzt hör auf jeden Fall, wenn... Ich hör bei mir Steps und hier ist eine Drohne. Auf dem A-B-Spot, sorry. Die ist irgendwo ungefähr da. Oder... Da. Oh, da kam eine EMP-Granate. Oha. Oh, noch mal. Guten Tag. Ist so gut, dass wir alle oben sind, ne? Wieso bin ich eigentlich... Wollen wir gerade sagen, wieso bin ich eigentlich alleine hier unten? Hallo? Das ist kein Problem, ich kann die Decke über dir aussprechen, dann bin ich bei dir, Dave. Warte, ich zeig dir das. Warte, hier. Oh, Dave, nice. Leider weiß ich nicht so hundert Prozent, wo man hier am besten... Oh, oh, hier ist ja draußen. Oh, Gott. Beschreck mich doch nicht so. Was lurken Sie hier? Und dann störe ich Sie beim lurken. Wir lurken Sie auch ganz gerne. Ah, wird aufgefused bei mir. Fused? Ah, sorry. Terminiert wird hier. Sind wir beim Metalldetektor? Ja, ne? Hallo? Habe ich doch nicht so. Ja, also, ähm, da wo die Markierung ist, da sind sie durchterminiert. Wow. Was gibt's da zu gucken? Was gibt's da? Ist da einer? Da war einer. Oh, ich bin die neuen Jungs. Da sind alle übrigens im Raum. Holy Shit. Okay, ich geh sie. Gerade ganz unten bei Dave. Übrigens ganz nebenbei, ne? Das ist echt krass. Angriff! Ohne dieses HUD-Ding da, ohne diese HUD-Hilfe, hatte ich gerade überhaupt nicht wirklich gesehen. Ich nab, Alter, ich bin total dependent on den Shit. Noch einer ist auf meinem Todespunkt. Go! Nein! Warte, wo ich weggehe. Links oder rechts? Links oder... Oh, goddammit, Alter. Ich dachte, da du wär tot. Ich war tot, ich hab noch einen down geschossen. Ah! Ich dachte, du hast krass gehackt. Was? Während ich am Boden lag, hab ich noch... Also den Gras-Rigger gehalten. Die Invisible Bullet hast du aktiviert. Wir machen das jetzt am besten. Wollen wir... Wollen wir irgendwie... Nochmal? Nehmen wir nochmal... Gegenteiltag? Nehmen wir nochmal Blitz. Gegenteiltag? Dann nehme ich IQ. Oh, Gott. Nimm Termite. Und scheiß was, das fehlt ein Random Button. Mit dem musst du tappen, im Übrigen. Die haben die Waffe irgendwie ein bisschen geändert. Wir musst du tappen. Dave, komm schon. Aber jetzt sind wir heute ein Arsch, jetzt ist was anderes. Du nimmst ihn fast auch immer. Das ist voll gelogen. Den hab ich in den letzten fünf Spiel... 15... 23... Außerdem hat mir Darlow Fuse weggenommen. Was? Fuse mit Schild? Ja, Fuse mit Schild. Den spiel ich aber auch, der ist echt gut, ne? Der Gegenteiltag wäre übrigens, dass du keinen Schild mal benutzt. Ja, war neu im Test, ich hab keinen Schild. Die AK. Ja. Die sind unten. Oh, das sieht gut. Die haben übrigens gerade sehr, sehr suizidal alles aufgemacht. Könnt ihr aufhören, nicht mit meiner Drohne markieren, ja? Dafür ist sie nicht gedacht. Hallo. Was? Mit Dex Drohne markieren? Okay. Scheiben kaputt machen. Fahr, fahr. Hier, komm da, markier. Komm los, markier los. Hab ich, hab ich. Oh, Punkte. Oh, Punkte. Oh, das sind Punkte. Oh man, das hab ich wirklich erwischt. Shit. X drücken bei Daniel. Oh Daniel, dieser Raum, ne? Der ist doch schön. Ja, das Ding ist so, ich würd eigentlich ja mal ganz... Guck mal, weißt du was wir machen, dass wir so... Ich geh da mal rein, Kevin, und du bringst mich dann um, wenn ich da drin bin, okay? Okay. Versteh ich nicht. Ja, komm einfach mit, du kannst dich töten. Oh, warte, ich komme. Oh, warte mal. Die Schlange wird länger. Sie haben vergessen sich zu muten. Mach mal schnell die Schilder vor, sonst schieß ich ab. Gehen wir schon hier? Nein? Okay. Ja, machen wir, komm. Okay, Maiho, sind hier Objectives hinter? Keine Ahnung, ich spreche einfach alles weg. Oh, warte, machen wir gleichzeitig. Oh! Hey, wir müssen auf A, Kevin. Komm, wir müssen A einnehmen, das ist wichtig. Ja, okay. A ist MVP. Mach mal da direkt ein Fuse rein. Kevin, hör auf, alles aufzumachen. Ja, mach Fuse rein. Ja. Kevin wollte ich umbringen übrigens. Füße rein jetzt. Kann ich's nicht, er steht doch da. Ja, komm jetzt, er macht's. Hier. Ich hab einen gefunden. Weg da, weg da. Ja. Oh. Ja, Mann. Die schießen durch Löcher. Die sind auf B und auf A. Okay. Irgendwie. Oh, ne. Na, gemeint. Oh, wir wurden entdeckt jetzt irgendwo. Das ist ja ne Kamera. Oh, jetzt ist er nicht mehr da. So. Oh, wir müssen den da drin töten übrigens. Du schießt auf mich. Der will mich umbringen. Wir schießen scharf hier. Rechts oben. Rechts oben ist einer. Außen. Hier. Mach mal easy da, du. Stop. Oh, ja. Das war nicht easy. Das war nicht easy. Das war nicht easy. Obwohl er hat's ziemlich easy gemacht. Ey, hier oben ist alles zu. Naja, der Dave. Komm jetzt, Kevin. Wir müssen jetzt rein und du musst mich killen. Okay. Ich hab Gefahr mit Hilfe. Ich guck mal was jetzt. Ich guck mal was drin ist, Kevin. Kein Moment. Bleib easy, Kevin. Oder geh du schnell rein. Komm. Warte. Da ist jemand direkt links hinten in der Ecke. Du kannst aber reingehen durch Fenster, Kevin. Aber da musst du aufpassen, weil da sind diese Gourmet-Miel-Dinger. Weißt du, dahinter sitzt der direkt. Der hat mich nicht gesehen. Der denkt, ich bin nicht da. Wenn du reinkommen willst, genau links. Dave. Geh du mal. Genau, Dave geht rein mit Schild. Go, 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 Dave. Warte. Jetzt. Ey, der nicht tot? Lebe ich noch? Ich weiß nicht. Ich seh nix. Ich seh nix. Kevin, geh jetzt rein in den Glitch. Du hast doch die Bombe. Ja, aber ich will die doch nicht ernsthaft blenden da drin. Ich bin doch nicht bescheuert. Mach das Ding dichter. Genau, perfekt. Mach groß da. Genau. Hörst du. Warum spotten die denn? Ah, Kevin, bist du drin? Ah, du bist drin. Bin drin. Hilfe, hier hinten ist bei mir einer. Der Letztes bei mir. Hallo Leute. Okay. Wir wurden schon wieder gespottet. Wie viele sind denn? Ich hab' dich aufgeladen. Es liegt nur noch einer. Stopp, da hat er... Wow! Wow! Ich hab' von irgendwo... Von irgendwo... Stopp, ich muss eben... Ich defuse jetzt einfach. Oh, er liegt in der... Wenn er defuse... Lass mich den nicht hier durchstücken. Okay, okay, genau. Geh' mal alle weg, geh' mal alle weg. Oh, das ist aber so dreckig. Der ist, glaub ich, ein nach oben gegangen. Ja, lass ihn einfach kommen. Lass ihn mal zur Bombe gehen. Unbehelligt bitte. Und dann komm raus und messer ihn. Aus der Kiste. Man kann ihn nicht rausgehen. Ah, okay. Dann ist hier getrappt. Oh, da ist... Ohlman, der steht hier vorne, Mann. Nein, Knüppel! Don't do it! Renn weg, Jungs! Rennste Bombe! Rennste Bombe! Rennste Bombe! Rennste Bombe! Rennste Bombe! Ah, David! Bleib einfach hier stehen. Okay, ich bleib' hier an der Tür stehen. Versuch mal zu messern nur durch, Kevin. Wobei, das ist schon so richtig... Räudiges, richtig mieses. Na ja, er ist von der Castle-Bahn. Nee! He hat noch mit den Schämen zu kämpfen. Ja, er kommt halt nicht in uns vorbei hier. Au! Rennste Bombe! Rennste Bombe! auch eine Pussy. Das war das Zauberwort. Das kommt jetzt übrigens als letztes. Schade, als wenn es als Cookie-Cam gekommen wäre. Gut, dass meine Kamera war, weil ich einfach die ganze Zeit da gestanden habe mit ausgefahrenen Schild. Oh je. Das war echt ein bisschen räudig, Alter. Oh Gott, war das räudig, Mann. Das tut mir irgendwie voll leid. Da, wo übrigens Kevin drin war, hätte man auch die Bombe planten können. Unmöglich zu durchfüßen da drin. Das ist richtig assi, ey. Ja Daniel, nee, Dalu. Dalu zeigt dir jetzt die Bugs, ne? Wie kannst du nur das jetzt? Ich habe hier keine Bugs gezeigt. Das kommt mir so vor, als wenn du mit Kevin zusammen auf der Karte gewesen bist und eine Bugs gesucht hast. Ist ja dreckig, du. Dafür sind die richtig miesen Bugs. Die bestimmen jetzt übrigens die Map und ich jetzt rüber, frag kurz, stell alles um und ihr könnt euch gegenseitig feiern. So, bis gleich. Danke Ich finde es nicht gut, dass du das zeigst.